Kann man das nicht herunterlassen, irgendwie? Nein? Wie kommen wir dann dahin? Oben drüber, okay. Äh, da irgendwo hoch. Oh, scheiße. Jede Nacht bis heute, mein Lieber. Denn heute wirst du selig schlafen. Ja, dann geh doch wieder. Los. Geh weg. Los, jetzt geh weg. Danke. Danke. Ich brauche was zu trinken. Äh, du kriegst aber nichts zu trinken. Diese verdammte Stadt. Ich wollte unbedingt den Taschendiebstahl vollführen. Wo ist er hin? Ach, hier. Ja, wie dein Kollege hier gerade, du. Passiert schneller, als man denkt, ne? So, komm, zieh ihn schneller. Los, du bist auch ein starker Mann. Garrett, komm. Und hinüber mit dir. Tschüss. So, wir müssen scheinbar doch hier hoch. Hinauf. Hm, aber dann wohin? Müssen da irgendwie hinkommen? Oder wir müssen gar nicht hier hoch. Sondern gehen einfach hier lang. Hier ist zwar Licht. Verdammt. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Wie komme ich denn hier rüber? Ist doch eine Brücke. Sag mal, da muss man doch rüberkommen. Ist doch eine Brücke, Mann. Die kann man doch auslösen. Ich will aber jetzt nicht noch mehr Pfeile verschwenden. Pfff, oh Mann. Kommt man hier sonst irgendwie auf die Rohre drauf? Komm, wieso kann ich denn hier nicht hochklettern? Ah, ist doch nur gemein. Ach. Niemand da? Nein, guck. Dann an die Arbeit. Ah, ein etwas schwierigeres Schloss. Du zitterst ja, Garret. So, komm schon. Ja. Warum ist das Schloss so schwer zu knacken? Was befindet sich denn dahinter? Hoffentlich, was ist das auch wert? Hoffentlich kommen wir da entweder weiter oder finden wir was Tolles. In dem Fall wäre mir ersteres sogar lieber weiterkommen, nämlich. So, zack. Schloss ist offen. Und vorsichtig öffnen. Aha. Ein Kerzenhalter. Sonst gibt's hier erstmal nichts. Ein Glas. Und sonst nichts. Na, super. Wir schließen die Tür wieder. Aber weitergekommen sind wir davon immer noch nicht. Wie komme ich darüber? Von oben auch nicht. Scheiße. Das ist gar nicht so einfach gerade. So. Hinüber. Jetzt muss ich ja einen ganz anderen Weg gehen. Vielleicht. Wie gesagt, vielleicht. Keine Garantie, aber vielleicht. Hier ist nichts mehr. Hier waren wir schon. Das ist zu tief, oder? Skin Market sind wir wieder. Da liegt noch was zum Klauen. Ein Messer. Da oben. Wie kommen wir da oben hin? Die Wache läuft nicht bis hier, oder? Nein, gut. Warum trägt Lady Marigold einen der Schlangenarmreife? Weiß sie denn nicht, dass er verflucht ist? Viel wichtiger ist, ob sie ihn hatte, bevor ihr Mann ins Totenbuch eingetragen wurde oder danach. Harte Sachen. Harte Sachen. Und auf. Waren wir hier nicht schon drin? Ja, hier klauten wir bereits. Draußen wieder keiner? Okay, dann. Yes. Wieder nach draußen. Vielleicht kommen wir ja hier oben weiter. Hm. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. So, gar nicht so schlecht aus. Was gibt es hier noch? Irgendwas Interessantes? Oder waren wir hier auch schon drin? Ach nein, hier geht es in einen neuen Abschnitt. Ach du Schande, wo sind wir hier? Ja, auf jeden Fall gibt es hier was zu mitnehmen. Sonst noch was? Nein, okay. Was ist dahinter? Leer. Okay. Mal mal umschauen. Sonst gibt es hier nichts. Dann knacken wir mal das Schloss. Zack. Zack. Und zack. Und auf. Kanal. Wir sind Kanalratten. Ja, war doch gerade was. Oder? War eigentlich noch was zum Klauen? Nein, okay. Was gibt es hier? Hier verlassen wir wieder das Gebiet. Wir müssen irgendwie zu diesem Ding. Schande. Ach, sind wir jetzt wieder hier? Wir verlassen immer weiter unser Zielgebiet. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber hier kommen wir wieder rein. Ach so, hier waren wir bereits, ja. Hier kommen wir wieder in den nächsten Abschnitt. Okay. Auf damit. Zack. Oh Gott, ey. Wie kommen wir denn jetzt da hin? Das ist nicht so einfach. So. Nun sind wir wieder hier. Skin Market. So. Wir nähern uns langsam wieder unserem Ziel. Bei allen toten Göttern. Nein, hier wollen wir nicht hin. Nein. Da drüben. Hier drüben. Aha. Kommen wir niemals dran, ohne zu sterben, oder? Ja. Wir sind tot. Verdammt. Gott sei Dank war ja hier gerade eben schon Speicherpunkt beim Levelwechsel. Finde den Weg zum Haus der Blüten, ne? Was wir natürlich tun. Wir geben unser Bestes, aber... So einfach scheint das gar nicht zu sein. Hier sind wir nun wieder. Aber wie kommen wir denn da hin? Wir müssen hier irgendwo nach links, glaube ich. Denn die Brücke ist ja definitiv zu. Da muss es doch irgendwie noch einen anderen Weg rüber geben. Ich weiß noch nicht mal, ob der überhaupt über die Dächer führen muss. Links von dem Haus. Ja, links von dem Haus. Hier irgendwo. So, oder rechts. Oder wo, oder... Ich probiere nochmal was, wenn ich mit dem Fokus hier, also mit dem Zoom... Au. Da geht es auch nicht weiter. Der einzige Weg ist hier rüber. Hier hinüber ist der einzige Weg. Außer da kann man lang klettern. Ich probiere es noch einmal. Vielleicht bringt es ja was. So, hinauf. War gerade irgendwie nicht der richtige Abstand. Deswegen hat das gerade was gedauert. So. 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 Nein, da kann man scheinbar nicht entlang wandeln. Von hier aus zu springen wäre Selbstmord. Oh Gott. Ach, Herrgott. Ihn schmeißen wir mal gerade noch hier in den Kanal. Komm schon. Du gehst irgendwo runter. Ich weiß es. Mann. Ich verliere langsam die Hoffnung. Komm schon. Da kann man normalerweise einfach lang klettern. Oh Mann. Oh Mann. Die. Ja. 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 Alles. Oh Mann. Die Hasseläue Worte.